Fortnite Highlights RELAX Apple Clem geil Für alle die Fragen Wo sind Noor? Wo ist ein Medall? Amar, warum hast du die nicht eingeladen? Ich zeige das einmal Amar Warum hast du dich eingeladen? Warum sind die nicht eingeladen? Amar 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 Ich will die Spielzehn Amar mein wirkliches ziel wäre es eine nacht mit kim kardeschen achtet auf den namen kulte marie lecci bis hierhin war alles cool digga lecci bis hierhin war echt alles cool ich habe 4,9 4,9 ok Dietrich hat 5,1 wir passen das dann ja, aber sie spielen voll Endgame wir müssen nur 20 Bomben bekommen ja, voll W-Key ich habe nicht mal Endgame gespielt ja, kein Problem nur W-Key wir werden W-Key, aber smart W-Key HW-Key that's what I'm thinking mit Landesbayern du ja, das ist grave geliebt was sagst du dazu? Alter, da bin ich einfach mal reingekommen hä? Alter, wann hast du denn hier Dicks recht, ey? ja 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 meine Mutter meine Mutter scheiße naja gut guck doch, wieso schickst du deine Ex 20 Euro ich vermisse, ich kann sie nicht anders erreichen ich will so enden wie die zwei da gerade mit ey, das ist so Maestro Chat ich sag's euch ehrlich die denn bitte ich will mal bei Dieter an den Call oder maybe versuche wenigstens schau schon mal Digga, dann habe ich kein Eiger mehr ich kann scouten, aber ich glaub dann jetzt nicht einfach rein im Mund Digga, ich müde da mal Digga, willst du mich verarschen, aber? was los, hallo? hallo ey, was geht jungs? you know, at the end of the day it's like also kind of practice yeah and you get free money kind of, you know like, realistically, yeah I'm probably gonna be playing Arena right now if we wasn't playing the story that's all I know yeah like it's making me grind more again I guess yeah, but I like that you guys are like you're giving your best right now you know yeah you're having fun as well we just saw you five into the head we had to keep winning yeah zack, nach vorne und spannst die Po-backen an, okay? das heißt also, du gehst runter BAM! ja? okay, ey Chad ich hab vorhin Training gemacht ne, ich war joggen und ich hab vorgestern hab ich Dings weißt nochmal hab ich Squats und so gemacht, okay? also, also Nico zeigt uns, er will so uns bei T-Mails auseinander nehmen Nico zeigt uns, wie man, wie man richtig Squats macht okay, ich zeig euch das kurz ist runter und dann DARK! runter DARK! schierlich, Nico dankeschön wie heißt sie jetzt da? ist das die gewesen, Chef? die heißt Gina Gina ich guck kurz Gina Laczek? ja okay die sieht übel sympathisch aus es gibt tatsächlich einen Streamer der heißt Papa Platte, okay? und der hat tatsächlich einen neuen Rekord aufgestellt und zwar ist es der Streamer mit dem kleinsten Dick ist das nicht du? Gina so sympathisch Junge Junge, du musst auf jeden Fall auf deinen anderen, an deinem Algorithmus arbeiten da war's, da war's, da war's, da war's, da war's Digga, dieses Gesicht ist das das vor zwei Stunden? ja, ja genau, das wird schon okay das ist Gott-Video Twitch Clips die ich in der Zone gefunden habe drei Dislikes vier Dislikes nein, ich werde so gefokust uuuhh, die Drecks ja schau mal, der geht halt nur auf mich, Digga du wirst angebraaah nein, 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 nein das reicht, Digga, das reicht, das reicht ich sage, Digga, dass du in einem Grinder, wie ich ohhhh nein, 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 nein hallo was ist los, Hami? hallo äh, äh hallo ich wollte nachfragen, ob es möglich wäre, dass du mit wem anders hallo ja, ja, klar, klar, klar äh, ich schäme mich gerade ein bisschen, das zu fragen, aber den Grund kann ich dir auf WhatsApp schicken also nicht Public am besten ja, schick schick schick, schick ja, 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 warte nicht Public am besten die andere Seite auch noch stein gekommen, Mama ja es ist was ist das, dein Penis? ja, was hätte ich denn machen, Digga ach hä, ich hab doch gesagt, sag nicht, hä er hat auch noch Twitch im Namen, Digga sonst funktioniert das immer, hä schau mir, wie sieht das denn aus, Digga sag einfach ja, hä hä, wie sieht das denn aus, bist du dumm? zeig, was du kannst holt du doch Bro, es ist 12 Uhr morgens bei denen ey, heute sollte ein richtig geiler Tag sein heute Abend noch ein richtig großes Announcement das wird geil dann das jetzt ich guck mal noch mal kurz, ob die in die Gruppe geschrieben haben ich hab von der ne, scheiß drauf ok, ich bin wieder da ok, ich bin wieder da alles gut erste Kumpel 5 Sekunden noch so auch erfolgreich bist in dem was du machst gar nichts einfach gar nichts einfach gar nichts haben sie schon dein Bankaccount mal angeguckt? ja, denk schon denk schon aber entscheidend zu wenig ok, was waren deine Eltern, darf ich das fragen, oder? keine Ahnung, nein achso, du weißt nicht achso, okay, tschuldig jo, also keine Aufzeichnung von Nutzerdaten was war das für ne Musik? ja sag mal ich lasst jetzt? verarsch mich nicht, Digga verarsch mich nicht, Max verarsch mich nicht, guck nicht auf den Chat verarsch mich nicht und guck nicht auf den Chat Pornos, Pornos, ich hab's gesehen im Chat schon Pornos das ist Pornos Musik ich liebe diesen Jungen ich liebe dich, wirklich ich liebe dich du bist einfach mein Bruder ich hab's nur im Musik und nimm's